hallo und herzlich willkommen zu let's show minecraft und wie ihr seht ich habe fleißig weiter gebaut bzw weiter bauen lassen und wir gehen einfach mal in das haus hier rein wir sehen eine kleine küche und halt wirklich eine kleine wohnung mit lampen ja es ist wirklich sehr klein raus gehen wir mal hier hinter so wirklich die lagerbestände von der ganzen stadt also von der stadt hier ist hier noch was zu vermieten die steht leer eine leerstende wohnung hier wohnt koch max er hat natürlich sehr auf seine ernährung hat natürlich auch ein sehr schönes haus wie ich finde ja und ein restaurant ist natürlich auch verfügbar hier von der bibliothekar eher eine sehr kleine wohnung aber zwei etagen so hier die bibliothek hier wohnt der bibliothekar hier arbeitet natürlich drüben wohnt ja und hier hat halt seinen kleinen dresen wo halt die leute die bücher auslenken hier unten natürlich auch noch ein paar wenn wir jetzt den weg lang gehen sehen wir schon jetzt sehen wir was es ist natürlich noch nicht fertig ist im bau es soll ein rathaus werden ob es doch ein rathaus wird oder eine eine schule muss ich mir noch überlegen das wird der wahrscheinlich im nächsten let's show vereint sehen und die laternen natürlich auch noch alle gebaut also die stadt ist natürlich noch nicht so weit wie wolfstone aber sie wird noch gebaut wird sich auch noch keiner für die wohnung gefunden ja da hinten ist der fischhändler und hier vorne ist ein neues haus bzw eine ladenfläche das kann man mieten hier hinten ist der fischer das kann man natürlich erst mieten und andere spezialitäten verkaufen oder ein rüstungsladen hier hinten ist der fürster der lebt jetzt mal hier hat noch kein privates haus nach wolfstown der wird jetzt mal hingehen weil das sich was getan hat im sinne von gebaut hier oben ist ein stein mit dem wir auch schon gesehen haben ja es ist ein sehr weiter weg nach wolfstown und man hat doch schon überlegt ob man eine Zugverbindung zu dem anderen Ort macht also vielleicht mal fahren wollen wir hier jetzt nicht mal schon es ist immer viel schnee zumindest im vorort aber hier im vorort wie gesagt hat man nichts gebaut nichts man hat sich nur auf die stadt konzentriert jetzt haben wir unsere stadt schuld willkommen wolfstown Neuigkeiten hier werden natürlich die Neuigkeiten unten angehen weil es halt wirklich neues in wolfstown gibt hier sieht man auch schon den ersten gründen der hier drin war das kennt ihr alle schon ihr könnt ihr vielleicht mal an die Fleischerei erinnern die wird natürlich auch der Bäcker den gab es ja auch ich habe es auch schon gezeigt aber hier hinten ist was meines und zwar ein Restaurant ein kleines Restaurant bald mehr als im Imbiss aber ein Restaurant jetzt gehe ich einfach mal hinter in die Küche hier sieht man natürlich auch die ich bin wem ich bin wem und die riesen Küche mit den Lagervorräten die ich euch auch schon gezeigt hat hatte aber das Nachbarhaus das ist neu und das zeig ich am besten auch gleich mal zu vermieten zu vermieten bitte bei Interesse im Rathaus melden Aushang auch da sichtbar ich habe hier natürlich eine Ladenfläche mit einem Fluseur mit einem Fluseur oder irgendwas mit Sachen mit Klammern laden was man reinbauen möchte das gehen wir zum Schluss weil hier hinten ist das ja hier drin waren wir natürlich schon für die Kontur das hier hinten gebraucht wurde ja hier drin waren wir natürlich schon ich bin da gerne mal rein schnuppern 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 das ist ja im Prinzip der Orthosol ich glaube den hat es noch nicht gezeigt die Toiletten und die Waschbecken und diese Gesicht auf die Stadt da hinten zieht man das Rad aus kann man rein sehen da werden wir jetzt natürlich hingehen damit ich euch das schon mal zeigen kann ja hier hinten wird natürlich auch schon wieder abgerissen und gebaut dass es halt auch vergrößert wird nein hier vorne wird der Aushang Aushang Lohristen gesucht männlich oder weiblich bitte melden 52 Quadratmeter Ladenfäsche zu vermieden biete Lehrstelle beim Fleischer Kunz an der Fleischer Kunz den haben wir natürlich gesehen und der braucht natürlich auch ein Lehrling und wir wussten hoffentlich auch auf jungen Zuwachs und der wird uns doch ganz angebracht hier hat man auch noch ein paar Lateinen angebracht sonst kennt ihr ja eigentlich alles hier hat der Fleischer äh der kleine Imbiss hier hat man auch den Weg bisschen verbreitert am besten das nächste Mal von oben das ist Wolfstown in seiner Pracht und da hinten ist die andere hier sieht man den Weg nochmal ist wirklich ein weiter Weg bis dahin da hinten sieht man das Rathaus oder die Schule kommt gar nicht was es wird da hinten ist der Holzfäller da ist der Steinmetz da hinten ist der Fischer davon ist der Laden da hinten ist der Steinmetz und jetzt ist der Steinmetz und jetzt ist der Steinmetz